Begrüßt mit mir, Philipp Richard. Ja, Antje, vielen, vielen Dank. Liebe Besucher, liebes Team von MGM, vielen Dank für die Einladung zu diesjährigen Konferenz hier in Hamburg, die Solutions und die Chance, den digitalen Wandel aus Sicht der Energiebranche zu erläutern. Gerade schon vorgestellt worden, ich bin Philipp Richard, Teamleiter Digitalisierung und Energiesysteme bei der Deutschen Energieagentur und habe jeden Tag die Chance, mit meinem Team an sehr, sehr spannenden Themen zu arbeiten, nämlich der Digitalisierung und der Energiewende gleichermaßen. Ich habe heute den Titel gewählt, Digitalisierung der Energiebranche, warum sich tatsächlich sehr viel ändert und hoffe, das in den nächsten 20 Minuten, 25 Minuten darlegen zu können. Ich habe dazu im Hinterkopf eine kleine Agenda. Von der Dringlichkeit kommt, noch intensiver am Umbau des Energiesystems zu arbeiten, werde ich versuchen, konkret zu vermitteln, welchen Einfluss die Digitalisierung hat. Ich möchte dann beispielhaft auf zwei Technologien eingehen, die Sie wahrscheinlich alle kennen, Blockchain und KI. Welche Bedeutung haben die mitunter für die Energiebranche? Bevor ich abschließend aufzeigen will, warum Kooperationen zwischen Startups und etablierten Akteuren der Unternehmenslandschaft ein Schlüssel sind, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und vor allem den Speed für die Erreichung der Klimaziele zu erhöhen. Doch zunächst ein paar wenige Sätze zur Deutschen Energieagentur, um Ihnen einen Einblick in unser tägliches Geschäft zu geben und darüber, wie wir unserer Meinung nach die Energiewende zum Erfolg führen. Die DENA versteht sich als Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und alle Fragen, die beantwortet werden müssen, um das intelligente Energiesystem der Zukunft aufzubauen. Dafür arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Eine sehr interessante Rolle, die je nach Projekt entweder von Marktakteuren direkt oder von Ministerien unterstützt wird. Das heißt, wir realisieren einerseits Projekte, die von der Regierung finanziert werden, meist makroökonomischer, regulatorischer und sozialer Ausrichtung und wir haben auch Projekte im Portfolio, die von Marktakteuren mit mehr oder weniger mikroökonomischen Zielen gefördert werden. Wir sind in Berlin ansässig, ausschließlich in Berlin. Wir sind im Jahr 2000 gegründet worden. Wir hatten im Jahr 2017 22 Millionen Euro Umsatz circa. Daran haben 226 Mitarbeiter mitgearbeitet in unterschiedlichen Abteilungen. Wir arbeiten aktuell parallel an über 100 Projekten, Stakeholder-Dialoge, Studien, international und national. Wir haben über 54 Prozent Frauen in unseren Reihen, worüber wir uns sehr freuen und worauf wir tatsächlich auch sehr stolz sind, weil das ist für die Energiebranche, glaube ich, noch keine alltägliche Zahl. Unser Durchschnittsalter beträgt 38 Jahre. Vielleicht auch Ausdruck dafür, dass wir eine noch sehr junge Organisation sind. Und ja, das ist auch eigentlich alles sehr spannend. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema, Digitalisierung. Wir arbeiten mit unserem Team nunmehr seit über sechs Jahren konkret an Projekten im Kontext der Digitalisierung des Energiesystems und befassen uns dabei mit sehr, sehr allgemeinen Diskussionen, aber auch mit sehr konkreten Technologien. Wir befassen uns mit Fragestellungen rund um die Themen Datenschutz und Datensicherheit, ebenso wie die Bedeutung von digitalen Schnittstellen für einen verlässlichen Informationsaustausch. Kundengetriebene Elektromobilität beeinflusst die Netzplanung. Auch da spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Und wir haben dazu beispielsweise bereits 2017 eine Kurzstudie veröffentlicht. Oder auch das Thema Blockchain, das spätestens seit 2016 die Energie- und die Finanzbranche ziemlich durcheinandergewirbelt hat. Zumindest vor dem Hintergrund der Idee, was die Blockchain einmal erreichen kann, hat man dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, sodass es auch wir geschafft haben, 2019, dieses Jahr im Februar, eine Studie zu veröffentlichen zum Thema Blockchain, wo ich später noch genauer darauf eingehe, an der 16 große Paten aus der Energiebranche mitgearbeitet haben. Zu den Inhalten. CO2. CO2 ist der Begriff der Sommerpause und hat Vertreter aller politischen Lager in den letzten Wochen beschäftigt. Allen ist klar, dass zur Erreichung des 2-Grad-Ziels beziehungsweise des 1,5-Grad-Ziels enorme Anstrengungen nötig sind, um die Lebensgrundlage unseres Planeten, nämlich das Klima, zu erhalten. Aber wovon reden wir überhaupt? Jetzt hört sich vielleicht 2 Grad für viele von uns auch nicht sonderlich viel an. Ist wenig greifbar und wir verbinden damit gar sonnigere Sommer oder eine wärmere Nord- und Ostsee. Aber das ist wahrscheinlich auch das Trügerische an der ganzen Geschichte. 2 Grad bedeutet, dass der Meeresspiegel um ein bis drei Meter bis 2100 ansteigen wird. 2 Grad bedeutet auch, dass sich mediterrane Zonen, wie beispielsweise in Südspanien, wahrscheinlich eher in wüstenähnliche Regionen verwandeln werden. Auch die letzten zwei trockenen Sommer in Deutschland sind vielleicht schon kein Wetterphänomen mehr, sondern vielleicht schon Auswirkungen des Klimawandels. Alles sehr alarmierend. Und es wird klar, dass wir dringend handeln müssen, und zwar schnell. Die Energiewende verfolgt mithin keinen Selbstzweck, sondern beschreibt das vielleicht wichtigst global angelegte Projekt der Menschheit. Wir sind auch alles andere als inaktiv. Gerade in Deutschland wird seit der Jahrtausendwende an dem Thema gearbeitet. Mit der Einführung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes zum Beispiel wurde bereits im Jahr 2000 ein sehr klares Ziel definiert. Die Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien, die kein CO2 ausstoßen. Ein enormes Förderprogramm mit über 160 Milliarden Euro Förderung zwischen den Jahren 2000 und 2018. Seit Fukushima haben wir uns in Deutschland zudem darauf geeinigt, dass wir bis 2022 gänzlich aus der atomaren Energieerzeugung aussteigen wollen. Ein weiterer wichtiger Schritt. Und laut Kohlekommission soll bis 2038 auch der Ausstieg aus der Energiegewinnung auf Basis von Braun- und Steinkohle umgesetzt werden. Alles richtige Maßnahmen mit großen Anstrengungen für die Politik, die Wirtschaft, die einzelnen Unternehmen, die Unternehmensorganisationen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nun ist das Klima aber kein rein nationales Thema und Anstrengungen internationaler Art sind verstärkt anzugeben. Die Zeit drängt und die Bedeutung von Deutschland mit insgesamt 2,5 Prozent CO2-Ausstoß am Gesamtausstoß ist zahlenmäßig überschaubar. Die Bedeutung von Deutschland als kommunikative Leitnation natürlich um ein Vielfaches höher. Mit der Energiewende ist der Umstieg von einem stark zentral geprägten Energieerzeugungssystem auf ein dezentral geprägtes Energieerzeugungssystem verbunden. Das hat unterschiedliche Auswirkungen. Eine betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich sinnvolle Ausrichtung wird weiterhin von sehr großer Bedeutung sein. Nur wenn wir die Wirtschaftlichkeit erhalten, ist auch eine nachhaltige Akzeptanz in den Unternehmen und in den Mitarbeiter- und Bevölkerungsstrukturen sichergestellt. Eine Energiewende bemisst sich vordergründig an der Einsparung von CO2. Aber auch andere Themen im Umgang mit nachhaltigen Ressourceneinsatz spielen eine wichtige Rolle. Das Bewusstsein für eine ganzheitliche Umweltverträglichkeit wächst und diese Dimension gewinnt enorm an Bedeutung. Ein dauerhaftes, stabiles Versorgungssystem mit Strom, Wärme und Wasser ist eine unschätzbar wichtige Lebensgrundlage und muss auch zukünftig in einem hohen Maß zur Verfügung gestellt werden. Die Dimension der Akzeptanz wird für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ebenfalls immer wichtiger. Nur wenn alle Menschen und Unternehmen eine gleiche Zielsetzung haben, mitgenommen werden, die politischen Entscheidungen einordnen können, wird das Vorhaben gelingen. Die Sache ist komplex, so viel ist klar. Aber gehen wir es an. Für die Energiebranche verändert sich nicht nur durch die Digitalisierung sehr viel. Vordergründig haben, wie bereits erwähnt, der Ausbau an erneuerbaren Energien und der Ausstieg aus Atom- und Kohleenergieerzeugung dazu geführt, dass sich das Energiesystem stark dezentralisiert. Wir haben heute bereits über zwei Millionen dezentrale Erzeuger im System, die es zu koordinieren gilt. Zukünftig wird die Zahl der dezentralen Erzeuger weiter steigen. Auch Verbraucher sollen in die Harmonisierung von fluktuierender Erzeugung und volatiler Last einbezogen werden. Wir versuchen, die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr zu integrieren, mit dem Ziel, alternative Speicheroptionen zu erschließen und die Systemeffektivität und Systemeffizienz zu erhöhen. Die Anzahl an Schnittstellen und vor allem digitalen Informationstransaktionen nimmt dabei enorm zu. Neuartige Marktfelder entstehen, auch außerhalb der Branche wird das Energiesystem zunehmend interessant. Stichwort Sharing-Modelle und Plattformökonomie. Die Entwicklung und der Eintritt neuer Player ist für etablierte Unternehmen der Energiebranche dabei sehr schwer vorherzusehen. Dabei bietet die Digitalisierung für die Branche erhebliche Chancen, aber auch Herausforderungen. Nehmen wir den Energieverbrauch als Beispiel. Wir versprechen uns einige Einsparpotenziale durch den Einsatz digitaler Technologien. Zum Beispiel auf Basis von besserem Monitoring oder automatisierter Anlagensteuerung. Es ist aber auch klar, dass Themen wie künstliche Intelligenz enorme Rechenleistung erfordern und der Energieverbrauch dadurch steigen wird. Ein anderes Beispiel liefert der Datenschutz und die Datensicherheit in Kontrast zu möglichen Vorteilen von Datentransparenz oder Datenplattformen. Auch die Verfügbarkeit von IT-Ressourcen ist neu zu bewerten. Der Wettbewerb erhöht sich und die Innovationsgeschwindigkeit nimmt drastisch zu. Nicht so einfach, aber die Vorteile überwiegen für die Energiebranche klar und wir müssen weiter intensiv den Austausch suchen und sehr schnell lernen. Das Erlernen und Implementieren von digitalen Verfahren und der Aufbau von verlässlichen, sicheren und geschützten Schnittstellen sind für die Energiebranche folglich kein Nice-to-have, sondern essentiell. Nochmal etwas genauer zur Entwicklung der Marktfelder und Geschäftsmöglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung für die Energiebranche ergeben. Jahrzehntelang haben wir im Energiesystem entlang der Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Verteilung, Handel und Vertrieb von Energie nach neuen Geschäftsmöglichkeiten gesucht. Das war eine ziemlich klare Trennung und durch die starke Regulierung im Energiebereich mit Sicherheit auch in Teilen limitiert. Inzwischen ermöglicht digitale Technologie und Dezentralisierung und darauf aufsetzende Informationsströme die Verknüpfung von verschiedenen Wertschöpfungsstufen. Bestes Beispiel ist der Presumer, ein Solaranlagenbesitzer, der gleichermaßen Strom erzeugt, selbst verbraucht und verkauft. Deutlich komplexer und optionsreicher als früher. Kombiniert man dieses Wertschöpfungsnetzwerk zusätzlich mit neuen Produktebenen digitale Art, digitale Infrastrukturtechnologien, Hardwarekomponenten, Softwarelösungen und völlig neue Geschäftsprozesse, dann spannt sich ein Wertschöpfungswürfel für die Energiebranche auf, der deutlich mehr Marktfelder beinhaltet, als das lange Zeit der Fall gewesen ist. Nehmen wir beispielhaft auf der rechten Seite dargestellt das Netzmonitoring, die Geschäftsfelder rund um Smart Home und Smart Meter oder die Möglichkeiten der Nachweis- und Verwendungsführung von digitalen Informationen. Viel Musik, so viel steht fest. Vertrauen ist weiterhin ein eminent wichtiges Thema und bestimmt nahezu jede Entscheidung im wirtschaftlichen und organisatorischen Umfeld. Vertrauen haben wir als Menschen sehr lange ganz einfach gehandhabt. Wir haben uns verständigt, etwas abgemacht und uns darauf verlassen. Das hat mal gut geklappt und manchmal weniger gut. Der Adressat für einen Vertrauensbruch war gut ausfindig zu machen und die Konsequenzen konnten geregelt werden. Im Laufe der Zeit hat sich das geändert. Wir haben zunehmend Institutionen ins Leben gerufen, zum Beispiel Banken, Energieversorger mit dem Ziel, Verantwortung zu übergeben und mit unserem Vertrauen verlässlich umzugehen. Diese Institutionalisierung verfolgte Effektivitätsziele und hat Wertschöpfung generiert. Inzwischen ist die Sache um viele Dimensionen komplexer geworden. Globalisierung, Dezentralisierung und die Digitalisierung üben einen enormen Druck aus und werten die Vertrauensfrage weiter auf. Alle Faktoren tragen dazu bei, dass wir neue Wege suchen, um uns zu vertrauen. Da stellt sich die Frage, was sind die Möglichkeiten und Ansatzpunkte, die die Digitalisierung zur Verfügung stellt, um Vertrauen verlässlich in einem globalen, dezentralen Kontext aufzubauen. Einige sehen die Lösung in mathematischen, maschinellen und kryptografischen Verfahren. Hier kommt die Blockchain-Technologie ins Spiel, auf die ich etwas genauer eingehen möchte. Ein unglaublich vielseitiges Werkzeug, aber warum ist das eigentlich so? Bei der Technologie handelt es sich um ein Verfahren zum digitalen Informationsaustausch mit neuen Funktionen für den Umgang mit Daten. Quasi ein neues TCP-IP-Protokoll mit der Fähigkeit, Datenherkunft und Datenverwendung zu protokollieren. Damit kann die Blockchain ein wichtiges Instrument für das Web 3.0 werden, über das schon seit Längerem diskutiert wird. Die Idee des Web 3.0 ist ein neues Internet, das Informationen automatisch aufnimmt, verarbeitet und darauf Handlungen ausführt und ausübt. Dass das auch in der Energiebranche theoretisch eine bedeutende Rolle spielen kann, ist relativ logisch. Egal, ob wir über Echtzeitanforderungen von Informationssignalen sprechen, ein extrem hohes Maß an Datensicherheit, die Bedeutung von Datenschutz, die informelle Verknüpfung der verschiedenen Sektoren. Uns allen ist klar, dass ein großes Vertrauen in die dafür eingesetzte Technologie unabdingbar ist. Eine Studie, die wir im Frühjahr diesen Jahres veröffentlicht haben, hat sich mit dem Einsatz in elf verschiedenen Feldern auseinandergesetzt. Wir haben uns angeschaut, inwieweit die Blockchain-Technologie in der Netzsteuerung, im Energiehandel, im Vertrieb oder auch in der Finanzierung von externen Mieterstromprojekten eingesetzt werden kann und haben beurteilt, inwieweit die Technologie bereits technisch reif genug ist, um den Use Case zu übernehmen, inwieweit sie ökonomisch Sinn machen könnte und inwieweit die regulatorischen Rahmenbedingungen des Energiesystems passen, um sie überhaupt anwenden zu dürfen. Schauen wir uns ein Beispiel genauer an. Dargestellt exemplarisch der Einsatz der Blockchain-Technologie für das Zusammenspiel der Marktakteure im Energiesystem. Die Idee eines digitalen Anlagenregisters auf Blockchain-Technologie. Ziel ist, dass Erzeuger sowohl Verbraucher als auch Märkte zukünftig vollautomatisch miteinander sprechen und Handlungen umsetzen, mit dem Ziel, das System aus den eben angesprochenen Millionen von Einheiten handhabbar zu halten. Dabei sollen alle Anbieter und Nachfrager nur die digitalen Informationen erhalten, die für sie wichtig sind. Unterschieden werden muss dabei zwischen Informationen, die essentiell sind für die Systemstabilität des Energiesystems und Informationen, die neue Geschäftsfelder ermöglichen. Die einen müssen weitergegeben werden, die anderen können weitergegeben werden. Mit der Blockchain-Technologie einen Mechanismus zu implementieren, der schlicht und ergreifend die Herkunft und die Verwendung von Datensätzen unter den Akteuren transparent dokumentiert, könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Dabei kann das System natürlich auch ohne den Einsatz von Blockchain-Technologien in der Zukunft auskommen, jedoch scheinen die Kerneigenschaften der Technologie dafür besonders gut geeignet. Kommen wir zu einem nächsten spannenden Feld, die künstliche Intelligenz. Aktuell löst KI in der Energiebranche das Thema Blockchain als Hype-Thema ein wenig ab. Den Akteuren erscheint KI greifbarer und umsetzungsorientierter. Konkrete Use Cases, so die Branche, werden von dem Thema KI besser gestellt. Wir sehen die Felder bei der Deutschen Energieagentur lieber komplementär. Die Blockchain-Technologie als digitale Infrastruktur-Layer, um Datensätze verlässlich und sicher aufzunehmen und weiterzugeben und darauf aufsetzende Use Cases, zum Beispiel auf Basis von künstlicher Intelligenz. Ohne das Vertrauen, dass Datensätze keine falschen Einträge enthalten und der Prozess der Verwendung nachvollzogen werden kann, werden sich Systeme, die auf KI basierend schwer durchsetzen und das notwendige Vertrauen bekommen. Eine aktuelle Studie von uns, die in zwei Wochen veröffentlicht wird, beschäftigt sich genau mit den Einsatzfeldern vor KI in unserer Branche und auch hier zeigt sich, wie auf dem Bild dargestellt, dass grundsätzlich in fast jedem Bereich künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen kann. Ob für Prognosen, Betriebsoptimierung, Bestandsoptimierung, logistische Abläufe, Wartung auf zugeschnittene Marketingmaßnahmen, Vertriebsbots und so weiter im Einsatzfeld sind kaum Grenzen gesetzt. Auch hier ein praktisches Beispiel, das bereits heute in vielen Pilotprojekten erprobt wird und rasant Verbesserungen erzielt, der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit dem Ziel, die Prognosegenauigkeit zu erhöhen. Auf Erzeugerseite erhöht es die Vorhersagegenauigkeit der tatsächlichen Energiemenge, beispielsweise als Funktion der Wetterbedingungen. Im Transportbereich wird dem Einsatz von KI eine große Bedeutung beigemessen, um den Lastfluss besser vorherzusagen und zu steuern und damit unter anderem auch Netzausbau und Netzumbau zu vermeiden. Ebenso wie bei der Erzeugung kann auch die Lastseite durch KI optimiert werden. Auf jeden Fall ist es so, dass eine Verbesserung auf allen drei Ebenen dazu führen kann, dass sich die Ziele der Wirtschaftlichkeit, der Umweltverträglichkeit, der Versorgungssicherheit und vor allem auch der Akzeptanz der Energiewende positiv beeinflussen lassen. Die weitere Integration von erneuerbaren Energien wird entsprechend durch den Einsatz von KI gefördert werden. In welchem Maße das muss die Zukunft zeigen. Kommen wir zu einer aktuellen Umfrage. Was sagen Entscheider über den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Wir haben 200 Entscheider der Branche gefragt, wie gut sie sich zum Thema künstliche Intelligenz informiert fühlen. Das Ergebnis sehen wir hier. Demnach fühlen sich lediglich 17% sehr gut und gut informiert, 46% der Entscheider der Energiebranche fühlen sich teils informiert und 37% empfinden den Informationsstand zum Thema KI weniger gut beziehungsweise überhaupt nicht informiert. Da drängen sich natürlich einige Fragen auf, wie beispielsweise ist es besorgniserregend, dass die Branche so wenig zu derart relevanten Themen weiß? Und wer ist dafür verantwortlich, sich über derart neue Entwicklungen rechtzeitig zu informieren oder informiert zu werden? Die Antwort ist wahrscheinlich mehrschichtig. Generell sollte der gesellschaftliche und politische Diskurs zu digitalen Themen stark unterstützt werden. Der Durchdringungsgrad ist einfach zu groß, als das Themen wie KI oder auch Blockchain nicht aktiv angegangen werden. Aber natürlich liegt es auch in den Händen der Unternehmerinnen und Unternehmer, dieses Thema in Abhängigkeit der Bedeutung für das erfolgreiche Entwickeln des eigenen Geschäftsfeldes zu reflektieren und gegebenenfalls anzugehen. Das zeigt auch die nächste Folie. Lediglich 13% der Befragten verfügen aktuell über eine Strategie für das Themenfeld Künstliche Intelligenz. 85% haben keine Strategie für den Einsatz von KI für ihr Geschäftsfeld in der Energiebranche. Interessanterweise planen jedoch bereits 35% den Einsatz von KI und 57% sehen auch keine Notwendigkeit darüber nachzudenken, inwieweit KI für ihr Geschäftsfeld einsatzbar wäre. Es könnte sein, dass die Entscheider schlicht und ergreifend überfordert sind, wenn sich die Frage nach einer Strategie ist ohnehin keine einfache Frage und das innovative neue Thema KI berühren. Dabei ist KI doch heute noch viel mehr ausprobieren und testen, als dass das Thema bereits uneinholbar vorangeschritten ist. KI meint, digitale Information, wie bereits erläutert, aufzunehmen, automatisch auszuwerten und in Handlungen umzusetzen, die in der Prozessgestaltung Effektivität und Effizienz versprechen oder neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Da ist nach unserem Dafürhalten viel mehr Umsetzungswille und Pragmatismus gefragt, als dass mittel- bis langfristige Pläne helfen könnten. Werfen wir noch einen Blick auf die unterschiedlichen Herangehensweisen von jungen Startups und etablierten Unternehmen. Vorweg sei gesagt, dass das natürlich nicht für alle Unternehmen gleichermaßen gilt. Natürlich gibt es auch höchst agile, etablierte, große Unternehmen und sehr träge Startups. Dennoch glauben wir, dass wir mit dieser Skizzierung nicht ganz falsch liegen. Startups strotzen vor Tatendrang, sind unvoreingenommen, haben in ihren Teams die Gene digitaler Geschäftsprinzipien oftmals verinnerlicht, besitzen ein gutes Netzwerk im Ökosystem der IT-Welt und sind mit Blick auf das Risiko wenig scheu. Corporates haben Geld, Erfahrung, sehr, sehr gute Strukturen und verstehen oftmals deutlich besser die Komplexität des Energiesystems mit all ihren Regularien, Gesetzen und auch physikalischen Limits. In der Zukunft werden erfolgreiche Unternehmen diese Vorteile vereinen und verstärkt zusammenarbeiten. Nur wer sich das Beste aus beiden Welten sichert, so die Prognose wird in der Energiebranche nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle aufbauen. Kooperationsfähigkeit zu fairen Bedingungen wird durch das disruptive Potenzial der Digitalisierung ein immens wichtiges Asset der strategischen Führung. Abschließend möchte ich noch wenige Handlungsempfehlungen aussprechen, die darauf einzahlen, dass wir die Klimaziele erreichen, erfolgreich weiter wirtschaften und uns als Menschen dabei nicht abhängen. Mit Blick auf die Unternehmenskultur ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Existenz der Klimaziele und die unternehmerische Haltung eines jeden Unternehmens zusammengeführt werden. Das verspricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Klarheit in der Zielsetzung und schafft erstes Vertrauen. Das Thema Digitalisierung sollte zudem positiv belegt werden, da es deutlich mehr Chancen bietet und viele neue Optionen schafft. Strategisch sollte die Risikobereitschaft gerade für datengetriebene Geschäftsmodelle durch die Führung erhöht werden. Um erfolgreich zu sein, sind zukünftig faire Partnerschaften mit jungen Unternehmen zu fördern. Organisatorisch ist es wichtig, inhaltlich auf Stand zu kommen. Schulungen, Fachausbildung, Kooperationen im IT-Bereich sind elementar und sollten ausgestaltet werden. Zudem werden interdisziplinäre Teams an Bedeutung gewinnen, da die Komplexität für erfolgreiche und nachhaltige Geschäftsmodelle weiter steigen wird. Technisch beziehungsweise praktisch sollte mehr Versuch und Irrtum zugelassen werden. Neue Themen wie KI sind kaum vorhersehbar und stärkeres praktisches Erlernen kann hier ein Erfolgsgarant sein. Die nötigen Experimentierräume dafür schaffen örtlich, inhaltlich und auch zeitlich eine Maßnahme, die jedes Unternehmen für sich angehen kann. Bis hierhin vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Ich glaube, ich bin jetzt auch in der Speakers Lounge. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.